Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler YouTube-Glockengießer Der Tauschladen Robert und Daniel waren zwei Lausbuben, denen immer etwas einfiel. Meistens fiel ihnen viel zu viel ein. Schlimm war es, wenn jeden etwas anderes einfiel, dann fingen die beiden Brüder an zu streiten. Am heftigsten zankten sie, wenn beide die gleiche Sache haben wollten. Den Baukran zum Beispiel, den Fußball oder den Bleistiftanspitzer. Einmal kam es wegen so einer Sache sogar zur Prügelei. Daniel wollte unbedingt die leere Schuhschachtel für seine Buntstifte haben. Robert wollte daraus eine Garage für sein Modellauto bauen. Robert verteidigte die Schachtel, als sei sie der kostbarste Schatz der Welt. Daniel trat zuerst die Schachtel und dann Robert an den Fuß. Robert, der stärker war, schubste Daniel in die Kiste mit den Bauklötzen. Daniel verlor das Gleichgewicht und seinen Turnschuh. Er fischte ihn unter dem Schrank hervor und schlug voller Wut Robert damit auf den Kopf. Robert tobte. Er sah rot. Er packte Daniel an den Haaren, nahm das Feuerwehrauto und in diesem Augenblick kam der Vater zur Tür herein. »Was ist denn hier los?« rief er. »Hört ihr sofort auf? Das sieht ja nach Mord und Totschlag aus. Willst du wohl den Kleinen loslassen? Schämst du dich nicht, Robert? Ich dachte, du wärst vernünftiger.« »Daniel hat angefangen«, rief Robert empört. »Robert hat mich mit dem Schuh auf den Kopf geschlagen«, brüllte Daniel. Er hielt ein Büschel von Roberts dunklen Haaren in der Hand. »Du lügst«, schrie Robert. »Alter, doofer, blöder Stinkbruder!« Er wollte erneut auf ihn losgehen. Nur mit Mühe konnte der Vater die beiden Streithähne trennen. Er schickte jeden in eine Ecke des Kinderzimmers, stellte sich wie ein Ringrichter in die Mitte und sagte, »Schluss jetzt! Es ist mir egal, wer angefangen hat. Ihr hört jetzt jedenfalls mit dem Blödsinn auf. Wenn ihr weiter so streitet, dann, dann...« »Ja, dann gibt es nichts zu Weihnachten, oder«, setzte der Vater mit drohender Stimme hinzu, »wir tauschen euch beim Weihnachtsmann ein gegen zwei nette, friedliche Mädchen!« Das saß. Die Tür knallte zu. Stillschweigend starrten sich Robert und Daniel an. Sie redeten an diesem Tag kein Wort mehr miteinander. Daniel ging ins Nachbarhaus zu seinem Freund zum Spielen. Robert verzog sich in die Küche. Da war es schön. Da war niemand. Er schaltete das Radio ein, der Rundfunksperi meldete sich mit freundlicher Stimme, viel freundlicher als Papas Stimme. Auch die Musik fand Robert gut. Seine Stimmung besserte sich. Im Kinderprogramm kam vor Weihnachten im Radio immer eine beliebte Sendung. Sie hieß der Tauschladen. Da konnten Kinder Sachen, die sie nicht mehr brauchen konnten, gegen Dinge eintauschen, die sie unbedingt schon mal haben wollten. Robert hörte eine Weile zu. Dann wurde er nachdenklich und schließlich ging er zum Telefon. Am vierten Adventssonntag war dieser Streit längst vergessen. Die ganze Familie saß gemütlich um den Kaffeetisch. Der Adventskranz leuchtete. Der Vater schenkte Tee ein. Die Mutter holte die frisch gebackenen Weihnachtsplätzchen aus dem Schrank. Schaut doch mal ein. Ich glaube, im Radio läuft jetzt Weihnachtsmusik, sagte die Mutter. Aber da irrte sie. Es lief die Sendung der Tauschladen. Der Rundfunksprecher sagte gerade, und nun haben wir einen ganz ungewöhnlichen Tauschwunsch. Er kommt von dem zehnjährigen Robert Philipp aus Mannheim. Robert möchte seinen achtjährigen Bruder Daniel gegen eine elektrische Eisenbahn eintauschen. Und dann nannte der Sprecher die Rufnummer, unter der die Tauschwilligen den Rundfunksender anrufen konnten. Die Nummer hörte aber keiner mehr. Vater und Mutter sahen sich entsetzt an. Robert, warst du derjenige, welche, den der Rundfunksprecher da gemeint hat? Und wenn, warum? fragte die Mutter schließlich. Robert nickte. Ja, jetzt tut es mir leid, sagte er zerknirscht. Aber als ich letzte Woche dort angerufen habe, da dachte ich, ich halte es mit Daniel nicht mehr aus. Aber Robert, war es denn so schlimm? fragte die Mutter und setzte sich zu ihm. Manchmal schon, sagte er. Und immer haltet ihr zu ihm, weil er der Kleine ist. Dabei kann er ganz schön gemein sein. Daniel saß auf der anderen Seite des Tisches und schob aus Verlegenheit zwei Kekse auf einmal in den Mund. Manchmal lügt er auch, damit ich geschimpft werde. Er hat nämlich mich mit dem Schuh geschlagen, nicht ich ihn. Stimmt das, Daniel? fragte der Vater. Daniel nickte. Aber deswegen tauscht man doch nicht gleich den eigenen Bruder gegen eine elektrische Eisenbahn, sagte die Mutter. Und es klang schon etwas versöhnlich, als sie das sagte. Aber der Papa hat auch gesagt, dass er uns beim Weihnachtsmann gegen zwei Mädchen eintauschen will, verteidigte sich Robert. Stimmt, sagte Daniel. Das hat er wirklich gesagt. Das war gemein. Kinderchen, das war doch gar nicht so ernst gemeint, sagte der Vater verlegen. Ich war nur so wütend auf euch. Ich habe es auch nicht so ernst gemeint. Und ich war auch wütend, sagte Robert. Für eine kurze Weile herrschte stillschweigendes Grübeln. Daniel drehte dann eine Wurst auf seine Papierserviette und sagte, ich möchte ab jetzt netter und freundlicher zu Robert sein. Behaltet ihr mich dann? Da sah Robert seinen kleinen Bruder an, drückte ihn fest und sagte, tut mir leid, Daniel, wirklich. Und wenn einer anruft, ich tausche nicht. Oder ich sage einfach, dass sich schon jemand gemeldet hat, der den Tausch machen will. Versprochen, sagte Daniel. Fest versprochen, sagte Robert. Dich lasse ich nicht von hier weg. Glücklicherweise hat aber niemand angerufen, der eine elektrische Eisenbahn übrig hatte oder der den kleinen Daniel haben wollte. Und der Vater hat erzählt, dass die beiden von da an viel netter miteinander umgingen. Bis Weihnachten zumindest.